Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia, Reaper 3 Regeneration. Ich habe jetzt die Ganglord Mask eingesammelt. Ich werde den Dungeon dann aktivieren, wenn ich wieder draußen bin. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ja, ich habe wieder umgestellt auf Japanisch, weil Cutscene, die wahrscheinlich bald kommen wird. Ich habe meinen Team mal wieder umgestellt, weil die anderen Leute irgendwie zu geschwächt sind. Ich meine, das ist gut, dass ich so viele Leute hier habe, aber die kriegen echt auf die Schnauze. Wobei, ich sollte Mages... Bei Mages ist es mit drin, oder? Ja, ist sie. Noah, Mina... Ich würde gerne Ify reinnehmen, aber die hält nichts aus. Oder dich, eventuell. Du hast viel Angriff. Mehr als du. Wobei Tekken sollte auch... Ja, Tekken hat auch einen guten Angriff. Na gut, lassen wir das erstmal. Da hinten Pläne, eventuell, oder Items. SP-Dings. Nee, nee. Schade. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust hier gegen irgendjemanden zu kämpfen. Hier ist irgendwo was. Oh, wegen dem Licht sehe ich es nicht. Da kommt Spuck manchmal... Wird manchmal Items ausgespuckt, aber irgendwie... Da hinten ist was. Da ist nichts. Doch da. Brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche Pläne oder... Nützliche Items. Ah, hier ist ein Plan, oder? A-M-N-Noir. Okay. Ring der Essenz. Ring der Essenz. Den kenne ich, glaube ich. Wow, Lebenskraft ohne Ende. Geil. Ah, dein Movement wird aber verringert. Das ist natürlich nicht so geil. Wem gebe ich es? Die nicht. Müsste ich eigentlich blau geben, oder? Ja, die ist ja defensiv. Also normalerweise ist sie defensiv. Aber irgendwie... Ist sie in dem Spiel nicht so defensiv. Vielleicht, weil sie... Kann sein, dass sie... Ja, ein paar Leveler zu wenig, aber... PC halte ich im Zaun. Da ist wieder so ein Vieh. Da hinten ist das Event. Das habe ich schon gesehen. Cube Hammer. Hm. Wieder das für Blanc. Okay. Oh, ich bin drunter. Yosha. Wir sehen auch noch ein paar Sachen. Hau ab! Ich will doch nur die Dinger einsammeln und das Event triggern. Ne, nicht. Hau ab! Ich habe so einen Drink. Das ist gut. Schade, dass ich hier nicht hoch kann. So. Event. Ich bin dran. Ooh, ich bin das. Ich bin da. Oh, wie lange sind die Glaner? Ich bin hier schon. Ah, ich verstehe das, aber... Was ist das... Was? Wenn ich etwas sagen möchte, dann sage ich es richtig. Entschuldigung... Es ist meine Frau, aber... Ich würde nicht mehr sagen, dass ich... Was? Was? Was ist das? Es gibt keine Kinder. Das ist das, was ich. Ich würde mich nicht sagen, dass ich mich nicht mehr tun kann. Ja, ich würde mich nicht verletzen. Ich denke, dass ich mich nicht zufrieden fühle, dass ich mich nicht zufrieden fühle, weil ich mich nicht zufrieden fühle. Ich denke, dass ich mich nicht zufrieden fühle. Also ... Ich werde das mit dem, was ich... Was? Was ich jetzt? Ich bin ein Hörger und ich bin ein Hörger. Ich bin ein Hörger. Was? Ich bin ein Hörger und ein Hörger. Ich weiß nicht, dass ich das Telefonnummer nicht weiß... Ich kann die Läden von mir nicht nennen. Ich hab wirklich licht. Du, in deroundingen Sie sind die Läden. Läden? Ich bin schuldig. Wie man will Apple-Root haben, in der Apple-Root habe ich es dabei. Es gibt da auch einen großen Ger gaenten. Ah, ich bin jetzt schon. Ich habe es gesehen. Es ist sehr schön, Okama. Es ist sehr schnell, Noir. Mädchen nicht lieben Mädchen, die so machen. Sie nicht lieben, wenn ich... Ah! Was hast du gesagt, du Idiot? Um... Warum ist Noir's face all red? Ich bin nicht sicher. Ich bin ehrlich gesagt nicht. Gee, ich frage mich, was es könnte sein. Vielleicht ist sie eine Art von verraten Interpretation. Oh mein, das wäre das alles? Ich konnte nicht sogar sagen, was sie jetzt ist. Oh... Leave me alone! Oh, poor Noir! Let's defeat these Meanie Pants girls together! Okie dokie! Yeah! With the two of us, we... No! Of course not, you jerk! Woah! Noir showed us a rare glimpse of her going along with a joke! Wow! I am so surprised! Well, that isn't her forte, so her delivery was flawed. But it does make for a valuable scene to witness. Oh! Knock it off already everyone! Hehehehe. It's so fun to tease you, Noir. That's why I love you so, so, so much. I hate you so, so much! Noir's being strong right along! Hehehehe. Hehehe. Oh man, tut mir leid, ich muss jetzt doch lachen. Hehehe. Ich lag mich hier tot bei Noir. Ja, ähm... Jungs mögen keine Mädels, die zu früh kommen und... Oh, I hate you so much! Man, warum? Warum spiele? I bet if you mastered the teasable ability, you would have gone through this instead of her, Nepp Junior. Noir was born with that ability. So... I don't know if Neppy Junior could ever imitate it. No, no. I wouldn't want to imitate her. Stop talking about stupid stuff! Forget about me already! Now, now. If you keep shouting, you may burst a blood vessel. If you really believe that, then let's hurry up and defeat this creepazoid! Oh, but this is our sweet reunion. Let's just sit back and enjoy some more girl talk. I have nothing to talk to you about! Not now! Not ever! And what about you as a girl?! You're obviously trying to avoid battle. Stalling for time. Whoops. Oh my. Hi. Looks like there is a level-headed girl among you. There are a lot of angry people here, so someone calm like me is necessary. Dude, what? Um... Hahaha. You're so funny, Blonnie. Thanks for having the expected reactions. Oh. I see how it is. There's no reason for us to talk any longer now, is there? Goodness. Noir's really raring for a fight. If you stop this machine and give yourself up, we may reconsider how we plan to deal with you. I know I can't possibly win, so your offer is quite attractive. But... Well, I know it's silly of me to ask, but you can't let both me and my precious device go, can you? Of course not. Not even a breath of hesitation. How unfortunate for you. Our negotiations are at an end. We shall grind both you and your machine to dust. You don't get to hog all the fun. Leave some crap for me to break. Oh, this turned into a big messy poo. I'm not suited for negotiations. Vert might have been ready to let you off the hook before, but I was set on caving in your face from the start. There really were no other options for you. The machine is no fun, since it can't cry and beg for mercy. But you'll make up for that, won't you? I doubt I can meet your expectations. I'm a bit of a sadism junkie, you see. This does cause me some concern now. Oh, right! My adorable nepgear. I have a rigidplex circuit board that I was hoping to give you. Huh? Golly, wow, really? What's the size? The manufacturer? What year's model is it? Oh! Uh, nepgear. Nepy junior. Oh. Um, well, I thought that counts. I have to pass. Sorry. Right. That was my last trump card. Well, if they say the beautiful must die with grace, so shall it be. This battle seems quite overbearing. My turn. This guy. Or, I don't know if it's a type. Maybe it's a woman. I don't know. No, I think it's a type. Oh. You showed me this one. Oh, stop it. It's my turn. It's my turn. Man. Und ich habe kaum SP. Ist noch schlimmer. Aber wem haben wir von den sieben bösen Viechern noch? Also, eigentlich haben wir bisher... Ja, nur das ist ein großer Roboter besiegt und der ist jetzt auf unserer Seite. Also, irgendwie... Oh nein, sagt mir nicht. Das Spiel dauert noch länger. Ah! Wolf, du hast gerade ein Siebtel des Spiels hinter dir. Dann wäre es kacke. Tut mir leid. Weil das dauert ewig. Box ihn! Wow, ich mache kaum Schaden. Ähm, okay. Plan B. Gefahrlich dann. Was ist das denn? Gucken wir mal. Null. Geil. Also, nichts. So, ich muss aber Istor heilen. Ich habe schon gemerkt, also schon im ersten Teil gemerkt, dass Blanc so, ähm, naja, so halbdeutsche Begriffe hat. So, Gefahrlichtern und Zerstörung und die ganzen... Naja, hier, Gefahrlichtern, Zerstörung, Tanzer in Trump. Das sind alles so mehr oder weniger deutsche Begriffe. Und ich weiß ja, dass die Japaner Fans der deutschen Sprache sind. Oh, der Typ ist fast tot, merke ich grad. Oh, das ist doof. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Es ist mein Turn. Komm. Ja, das war wieder... Au. Ja, nein. Lass mich ja in Ruhe. Achso, geht nicht. Dann haue ich ihm so drauf. Ist auch stark. Jetzt ist er eh gleich tot. So violent. Stop it. Stop it. Das war's. Der ist irgendwie komisch, lustig, keine Ahnung. Ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht. Ja, ja. Ja, ja. Ich verrunde, ich verliere, ich verliere, etc. Du hast es nicht überhaupt versucht, warst du? Ich wusste schon, dass ich verliere. Also, warum beurde ich all gung-ho? Du hast so viele Fragen, honey. Hm. Wenn du nicht ernsthaft verliere, dann vielleicht kann ich dich ernsthaft verliere. Das wäre eine große Ordnung. Ich verliere eine Waffe, und meine Rezeptoren schreien. Also, ich sterbe ohne zu fühlen. Böre, Mann. Schöne. Ich sagte dir, mein Herz ist das von einer pure Maiden. Schöne ihn. Unsere Objektiv ist die Maschine. Um. Es ist ein bisschen late für mich zu sagen, aber ich fühle mich sehr schrecklich über zerstören eine Maschine. Schöne. Ich sage dir, es gibt circuitrie und Programme, die du nie träumt hast, in dieser Maschine. Wenn du sie verletzt hast, wirst du niemals herausfinden, was sie sein können. Bitte stop! Ich versuche mich so zu schrecklich. Schöne. Gut. Gut, zurück. Wir werden es zusammenfangen. Pass. Ich habe keine Interesse in Maschinen. Ich bin mehr als genug, um es zu schrecklich zu schrecklich. Um, also... Schöne, alle. 3, 2, 1... Hi-ya! Oh, du hast es wirklich verletzt. Wie werde ich es erklären? Huh. Well, es ist eine interessante Entwicklung. Haha! Wir haben seine Arsch. Aw. Es ist in so viele kleine, kleine pieces. Collecte so viele pieces, wie du gehst, Nepgear. Kann ich wirklich? Stopp' es. Gib sie ein Stück, und sie wird die Basilikon auf der Bremse, mit Pfeil von Schrapp-Metal. Aw. Du bist so schrecklich in dieser Form. Wenn du nicht transformiert, würde ich mich haben. Ich habe sie. Wirklich? Wahrscheinlich würde sie sprechen über wie, dass du meine Wohnung riecht wie ein Öl-Rig oder was. Ja. Wahrscheinlich würde ich. Ihre Imitation war ziemlich accurate, Blond. Du musst haben das Herz von einem Thespier. Die CPUs sind beschäftigt, also ich will diese Möglichkeit zu... Sneak, Sneak. Was? Du wirklich erwartet, dass du in einem massiven, klunkigen Schrapp-Metal? Wie ein Idiot. Oh, Gott. Du hast mich wieder gefunden. Ah, 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 ah. Schau, du hast dein Ziel. Also, warum nicht ein kleiner frier wie ich verlassen? Wenn wir so machen, gibt es eine Chance, dass du diese Maschine wiederholfenst. nicht auf deinem Leben. Meine Hoffnung würde mich nie schaffen, die gleiche Maschine wiederholfen. Außerdem, es braucht viel Geld für etwas wie das. Selbst wenn du versuchst, dass du nicht, das ist nicht eine gute Grund, für uns zu lassen. Ist das? Hm. Ein Punkt salient. Wow. Ich bin ziemlich auf, nicht? Oh, was ein Schmerz. Für ist es so wunderschön, so wie das? Nicht gross. Insofern bist du tot. Noir, vielleicht wirst du besser wie ein Willen. Es fühlt sich wie ein perfektes. Ich will nicht das von dir. Jetzt, prepare dich! Oh, mein Gott, nein! Dinge sind gerade sehr interessiert. Dad! Was? Oh, mein Gott. Eine andere die zu schnell wie du sagst. Yellowheart. Nicht glauben mein Vater. Was eine gute Frau, sehr gute. Seine Zeitung ist wunderbar in zwei sehr unterschiedlich. Ha, 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 ha! Praise! Was? 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 Was... Was? Ich habe das noch einmal. Ich versuche dich. Wenn du das machst, werde ich meine Ruhe wie ich niemals erwartet. Oh mein Gott, ich... Ich habe nie gedacht, dass Vert so schrecklich wäre als Plutia. Nicht sie mit mir vergleichen. Ich bin eine ruhige und entschuldige Frau. Vater, sind sie schlechte Leute? Ist es okay, sie zu schrauben? Wieso? Ja, mach wie du sie möchtest und nicht zurückbleibst, wie immer. Was ein schrecklich Vater. Sie wissen, dass sie keine Chance mehr gegen uns gibt. Wir werden sie wiederum verlieren. Du bist sicher, dass das alles gut ist? Ja, es ist okay. Das ist das Grund. Ja, ich werde es sehen, mit meinen eigenen Augen. Huh? Was zur Hölle sagen du jetzt? Wenn wir mit ihr fertig sind, dann bist du nächst. Ich glaube nicht, dass du sie weg kannst. Okay, okay, ich verstehe. Assumiere, dass deine CPUs wirklich wirklich können diese Frau zu schrauben. Wir können und werden. Ich werde sie zerstören, mit all dem Kraft, die ich mitzunehmen kann. Was ist mir schrecklich. Aber egal, ich kann endlich zu schrauben diesen wilden Kind. Ich werde schrauben alle schlechte Menschen, die mit meinem Vater zu schrauben. Ja, geil! Ich habe eine echt schlechte Ausgangsposition. Ich werde mich auf diese Seite machen. Schauen wir mal. So, als erstes muss ich dich heilen. Das Problem ist, du brauchst das P. Die ist bereit, die zu schrauben. Ja, ich werde mich auf diese Seite machen. 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 Hm. So viel habe ich aber nicht, das ist das Problem. Hör auf! Na toll ist die! Ähm, Paralyseheilung. Du mit deiner doofen Paralyse Ich muss dich loswerden, schnell Einfach mit den stärksten Techniken draufhauen So Ah, hab ich nicht, dann eben so Nein, du spammst wieder irgendwas So, Silfenspeher Ja, wir schubst nicht Ey, wir schubst nicht durch die Gegend Das ist blau weggepackt 52, ja, das geht sich nicht aus Dann schütze ich mich mal Ja, geil Du Mistvieh In den Rücken Oder in den Nacken viel mehr Das war's Maiden Game Level up We did it How anticlimactic That was too easy Oh, warum Ich bin noch nicht stark Ich war immer super schwer Aber jetzt bin ich schützlos und schützlos Natürlich Du bist Die Maschine der Energie Bdform Now, may we all see that your chest is but bleeding and temporary Hurt I wonder what sort of adorable form she'll take. I can hardly wait. I'm sure it'll live up to your wildest expectations. That's so bright! Aw, she's back to normal. Hmm, she's quite small, isn't she? What? What's going on? I'm all tiny now. That voice, it can't be. Uh, my boobies are gone too. Pico? Huh? It can't be. What kind of joke is this? Now those are the faces I was waiting around to see. What's a Pico? It's your freaking name. Did you forget it or something? My name? Nuh-uh. That's Yellowheart. You altered her memories, didn't you? Well, duh. She wouldn't fight you if she remembered you. Hmm. She's forgotten about me too. Such a naughty little girl. Ludia, no! You absolutely can't do anything to a child! You didn't even let me finish. Whatever. Return the kid to us! Hmm, if that's what she wants, I guess I can't stop her, but... No! Daddy said not to go anywhere with strangers. I wanna be with him! Oh, well. Too bad. So sad. Then we'll take her by force. But when she feels better, I'll bet she'll transform again. Doesn't that sound dangerous? Hiko, have you really forgotten me? How can I forget some lady I've never met before? Well, you gotta know me. I'm your friendly neighborhood, Neptuna. Come on! Yeah, you called me that. Nephi, all right. I guess punishment will wait until after her memories return. Oh, yeah! You used to call me Blue. Blue? Neptuna? Uh, nope. Don't know you. Haha, this is rich! To think I'd get a front row seat of this sickeningly sweet drama. Your choice of hobbies just gets better and better, huh? Oh, how sweet! I even got a compliment from Noir out of this. Dang it, kid! Why'd you forget me? Are you still mad? I mean, we did have a bad breakup thing going on. But I totally didn't mean it. I got caught up in the moment and said what I thought sounded cool. Come home, Pishi! I'll make you another fun stuffed animal! I even fixed the one you ripped up before! See? Neptune... Odia... I don't know either of you. Pee don't know none of you! Aha! You just referred to yourself in the third person as Pee! Bam! You called yourself your old name! Do you remember...? Huh? Pee? Why Pee? Hmm... Inconceivable! I thought I had locked all those memories up tight! Hiko! Hishi! Ugh! My head is spinning! This could be bad. Alright, everyone, eyes on me! I've just activated this lab's self-destruct sequence. It will explode in... oh, one minute! You what? What the hell are you thinking? Do you not realize that you will be caught in the blast? Nope! I'll be leaving now via my secret passageway. You too, dear. Wait, Daddy! No, Pico! Ta-ta for now! Adieu! He closed it... Not call! Open up! Move! Help bust it wide open! I'll help too. Wait! We haven't the time for that! She's right. He said one minute. We need to get out of here now! But... but Pico is... We'll deal with that later. For now, run! Ugh, Pico, you stupid idiot. Phew! We made it! Yeah, but... didn't the minute pass a long time ago? Now that you mention it... He tricked us again! Oh, that creepy jerk! Okay, back inside then! We gotta hurry after Pico, right? I think they've probably ran too far away by now. Ugh, why? I don't get it at all! She turned into a CPU and forgot us, and is a big dumb stupid idiot! Shut up! Bitching and moaning solves nothing! Plutia, please tear up. I know, but... Kishi is like my family! I wanna get her back! I agree, Plutie. I'll do my bestest, and then we'll definitely get our darling daughter back! Uh-huh! I will make it, Plutie! Well, I'll give it a kiss. I'll give it a kiss. I'll give it a kiss. Why? And the fuck, I'll give it to me, Plutie! It's the only one! I knew it! I didn't know that I learned! I won't give it to me, but... I won't give it to me! Das war's für heute. Kann ich schon mal passieren? Das ist für mich, dass sie mir ausdrücklich macht! Ich reflektiere mich, aber ich bin, wie ein Schmutz am Schmutz. Er ist egal, was ich.. Was sieht's in die Glocke? Sie sind losmitglied! Wir sind all- und Juden-Jumf, der Todesnacht des Katast complaints! Ich bin der Mann, der heute ist der Mann, der heute ist der Mann. Wir haben uns gemeinsam mit der Hand genommen und mit der Hand genommen. Ich glaube, dass die Leute hierher gekommen sind, weil ich nur noch was für die Kirchen der Kirchen. Ich wollte nur die Kirchen von Kirchen holen. Ich wollte auch noch 3-Jungen holen. Ich wollte auch jemanden aus dem Bezug. Ich meine... Ich wollte nur die Kirchen von Kirchen sein. Ich wollte nur die Kirchen. Das war's für heute, wenn ich mich nicht so viel über die Daten vermitteln hatte. Ich habe mich nicht mehr gesehen, dass ich mich nicht mehr über das Thema vermitteln habe. Ich habe mich nicht mehr über die Geschichte gemacht. Ich habe mich nicht mehr über die Königin zu vermitteln. Ich habe mich nicht mehr über die Nesumi. Oh, 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 ich habe mich nicht mehr für die Klaue. Ich habe mich nicht mehr über die Klaue. Das ist nicht so, dass man diese Leute in dieser Kirche nicht mehr kann. Es gibt auch noch ein paar Leute, aber... Wie hat man die Tür geschlossen? Das ist ein Verständnis für mich! Oh? Was ist das? Sie sind sehr klein. Okay, du kannst dich auf der Kopf gehen. Okay, gut. Ja, ich würde mich überraschieren. Ah! E-Sung hat sich geholfen! Ich glaube, dass ich geholfen habe. Was ist das? Nein, ich würde mich nicht beholen. Na, wie geht's das? Das ist das beste, oder? Ja, es ist hoch. Es ist gefährlich. Es ist gut. Ich würde mich auch auf den Dosen fahren. Der Eizu ist gut, wenn man sich auf dem Dosen fahren kann. Ich würde mich nicht auf den Dosen fahren. Ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Ich würde mich alle interessieren, aber ... ... heute ist es kein Dosen? Das ist Kira. Ich bin so sicher, dass ich mich nicht mehr so fühle. Was ist das, was du? Wenn du dich in die Liebe gehst, dann kannst du dich schlafen. Ah, ich habe noch nicht gedacht. Entschuldigung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Das ist ja schon ein Problem. Das war's, was du? Das war's, was du? Mein Liefer hat auch noch in meinem. Ich bin sicher, dass es nicht alles geht. Wir werden ihn verletzten. Aber, dass das Kind-in-Leute zurückgekehrt. Ich weiß nicht, was ich da? Hmm... Das ist doch etwas, was ich? Ich weiß nicht, was ich ein bisschen verrückt! Ich habe keine Worte gemacht. Wenn ich mich auf jeden Fall schlossen habe, kann ich zurückkommen. Das ist gut! Das ist ein ZEIN-YO! Das ist kein ZEIN-YO! Es ist nicht ein ZEIN-YO! Es ist kein Tv. Es ist okay. Das ist das Wichtigste. Wenn ich nicht mehr zurückkehsehe, dann kann ich mich daran erinnern. Ich muss wirklich bitten, Neph-Neph. Ich bin nicht sicher, dass ich mich sehr interessiert habe. Oh, wie geht's das? Erstmal, ich kann nicht mehr zurückkehren. Los geht's, alle! Ich kann mich nicht mehr zurückkehren! Oh! Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es sein kann. Was ist das? Ich bin schon mal wieder. Ich bin schon mal wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon mal kurz. Nein, aber... Das ist das, was der Frau? Ich muss mich nicht mehr weh. Ich habe nur noch die Erleitung und die Spare-Energie-Energie-Systeme. Ich habe nur noch einen Moment aufgewacht. Ich habe jetzt die Uhr noch ein bisschen gelegt. So, so... Oh, ich bin so... Wenn ich mich nicht mehr auf die Runden habe, dann wird das so, wie vieles tun. Nein, wenn du es nicht so stark aufzuhalten, dann wird das so ein Schicksal. Das ist das so, was ich? Ich habe es zu tun, was ich. Was ich so? Was heißt das? Das war's, weil ich mich nicht hierherkommen hatte, dass ich das so gemacht habe. Hm? Das war... Nein, das war... Das war's nicht gut. Nein, das war's. Das war's für mich. Ah, das war's. Will ich noch mit den Können? Ja. Ich habe mich sehr gefühlt, und ich denke, dass es gut ist, aber... So, so ist es, wenn ich... Aber... Dann ist es, wenn ich mich nicht verletze, dass es Leih-chan ist, oder? Die 7-Kenn-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin. Und dann kann ich mich nicht sehen. Ich bin natürlich... Ich bin... Ich glaube, Leih-chan war die Hanna-Ki-Kin-Gin-Gin-Gin-Gin-Gin. Aber ich glaube, dass ich immer so sagen sollte. Ich glaube, dass er wieder sein soll. Ich bin... Oh, ja. Na klar, ich glaube nicht, dass du auch deinem Ausdruck hast, oder? Ja, ich bin ruhig, Herr Kredon. Danke. Das dauert jedes Mal ewig. So, jetzt mache ich nochmal schnell den Dungeon hier. So, Pichy. Wie er auch immer heißen mag. Dungeon-Info. Schauen wir mal, wo ist er? Also, wird noch nicht angezeigt. Gut, dann muss ich ihn eben so suchen. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Da. Pichy Game Factory. Gut. Ja. Die Gläubiger haben sich wieder verteilt. Eden ist auf 15%. So, jetzt mal kurz safen. Ähm, nee, ich gehe zuerst nach Eden. Starte eine Cutscene, ja. Nee, tut sie nicht. Magma Cave. So, einfach reingehen, um zu schauen, ob eine Cutscene startet. Anscheinend schon. Hier ist nichts mehr. Oh, nein. Ich gehe zuerst, Mec-chan. Wenn ich in diese Zeit bin, dann bin ich nach zwei, drei Minuten von der Biscahalle. infeld. Ja. Was meinst du? Ich meine, ich bin noch nicht mehr... Ich bin nicht so nah. Du hast es etwas Zeit, oder? Das war so ein bisschen normaler. Ich sage dir, dass es besser wird. Oh, ich habe es gut. Danke, euch wieder ruf. Diese Person hat das gearbeitet. Ich bin nicht fertig, oder? Ich bin aber bewusst gerade. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht fertig, aber... Ich weiß nicht, dass die Schwestern hierher gekommen sind, aber es tut mir leid. Kannst du etwas sagen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bitte, bitte. Oh, Moment! Du kannst es nicht aufhören. Es ist okay, du musst dich nicht aufhören. Aber es ist okay. Ok, einfach damit die Cutsinn gezeigt wird, dass ich mich hier umgucken kann und farmen kann eventuell. So, Stella ist wieder da, das habe ich mitbekommen. Die Partei dauern alle so ewig lang. Feuerspeer, Wind, Ding, Talfus Lanze 7 packe ich mal ein, Bloody Amor, Präsento! So, ich werde jetzt immer so in 10er Schritten mich annähern. Yigamas, oder was auch immer die da sagt. So, einmal hier kurz gucken, also Eden weiss ich ja, statt hier eine Cutscene, ah, Napstation. Aber da ist normalerweise kein Event, oder? Kommt, das zeigen wir noch und danach ist los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020